Mein Name ist Michael Rönnberg. Ich bin Manager im Bereich Audit Financial Services. KPMG ist eine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. Wir haben Dienstleistungen im Bereich Audit, Tax und Advisory. Ich habe während des Studiums schon gemerkt, dass mich Wirtschaftsprüfung interessiert und bin dann direkt nach dem Studium zu KPMG gegangen. Bei meinem Wirtschaftsprüfer-Examen wurde ich in zweierlei Hinsicht unterstützt. Zum einen hatte ich eine lange Freistellungsphase von etwa sechs Monaten vor dem Examen und ich wurde auch finanziell unterstützt, dadurch dass ich Kurse belegen konnte zur Vorbereitung. Im Bereich Audit haben wir schon die Busy Season und in der Zeit sechs Monate zwischen Oktober und März ist viel zu tun, das ist so, aber dafür ist es im Sommer eben wirklich ruhiger. Also das gleicht sich ein bisschen aus, sechs Monate Busy Season mit viel Arbeitspensum und sechs Monate im Sommer, wo es etwas ruhiger wird. Als Prüfer sind wir am Ende natürlich interessiert daran, dass der Jahresabschluss, den wir prüfen, dass der richtig ist. Aber um dorthin zu kommen, müssen wir eben viele Dinge tun und die sind alle sehr spannend. Also aus meiner Sicht sind es drei Gründe, die absolut für den Einstieg bei KPMG sprechen. Der wichtigste ist die Art, wie wir bei KPMG arbeiten und wie wir zusammenarbeiten. Der zweite Punkt ist die fachliche Vielfalt an Themen, die wir haben. Der dritte Punkt, die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten bei KPMG sind hervorragend, sei es durch interne Fortbildung, sei es durch Förderung bei Examen und das sind aus meiner Sicht die drei Gründe, die absolut für KPMG sprechen.